Ein neuer Auftrag? Do it. Na gut. Jawohl. Sofort. Verfügbar. Eine Hochschule, die nicht verfügbar ist. Oh Gott. Da wären es auch nicht verfügbar. Kaserne, ja. Der ganze Rest nicht. Aus sich zum Schonen. Eine sehr gemülle Ziegelhütte dürften wir theoretisch. Oder kommen wir sowieso nicht dran ohne eine Hochschule. Jawohl. Hierfür benötigt ihr mehr Taler. Das ist Kuh. Ach, das ist Kuh. Genau. 300 Taler für eine Stadt. 200 haben wir. Wo kommen die 200 Taler her? Und die Ressourcen hier. Wo kommen die her? Keine Ahnung, aber es wird helfen. Aus Sicherheitsgründen wird hier ein Quicksale angelegt. Weil ich dem Spiel nicht vertraue. Jawohl. So soll es sein. Okay, wir können die Brücke überquellen. Wir kommen aber nicht aus dem Gebiet raus. Also vergessen wir es direkt mal. Jawohl. Er, gut. Gut gut. Hm, vielleicht hätten wir zuerst einen Siedlungsplatz bauen sollen. Also zuerst dieses Dorfsystem bauen sollen, dann auch Leibeigene rekrutieren, um das Ganze zu machen. Aber folgen wir lieber der Reihenfolge der Map, ansonsten machen wir irgendwas kaputt. Wie immer. Klopp, 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 klopp. Hierfür benötigt ihr mehr Taler. War nicht der Plan. Ja, das warten wir jetzt ab. Jawohl, ja. Ich hab getan, was ihr wolltet. Den Bug wurde repariert. Hm. Kapitel 1, der Aufbau. Um mir für Recht und Ordnung zu sorgen, brauchst du Militär. Und ohne Produktion gibt es kein Militär. Deshalb musst du zuerst eine Grundbasis erschaffen. Nur so kannst du erfolgreich sein. Wirklich? Danke für das Tollwelspiel. Offenbauer, sechs Wohnhäuser und sechs Bauernhöfe. Errichte eine Hochschule. Eine Lehm- und ein Holzveredler. Da besitze eine Kaserne. Öffne zwei Minenschächte mit EREC. Wir haben eine neue Herausforderung erhalten. Ja, ist gut. Natürlich. Wir müssen etwas Platz schaffen, bevor ihr neue Siedler aufnehmen könnt. Gut. Zwei Minenschächte gibt es hier. Eine Kaserne brauchen wir. Ein Veredler. Und im Endeffekt alles. Wie ihr wollt. Diese Map hat möglicherweise nur ganz normale Schwierigkeit. Ohne diverse Methoden, die einzustellen. Aber sicher kann man sich dann nie sein. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Hallo Gruppe 0. Ja, ist gut. Hochschule können wir jetzt bauen. Herz, alle lieb. Kann er euch erst das Gebiet verlassen? Nein. Ich weiß noch nicht, ob er eigentlich Sprengstoff besitzt. Ja, Milord. Natürlich. Unabhängig davon, wir müssen irgendwie an Geld kommen. Ja komm, die Hochschule kann definitiv nach hier hin. Das passt. Aber gern. Wir brauchen Geld für mehr Leibeigner. Wie ihr wollt. Ja, natürlich. Und geht immer zum Lehmenschacht. Lehm ist gerade wichtiger als Stein. Ein Gelehrter nimmt seine Studien auf. All eure Wohnhäuser sind belegt. Hat sich gerade Leonardo angebrüllt? Eure Bauernhöfe produzieren nicht unendlich. Jetzt ist nur endlich. Da ist kein unendlich Holz auf dem Schaden. Ja, ja. Dann holst mal. Kannst du? Wie ihr wollt. Okay, Eric hat keinen Sprengstoff. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Natürlich. Ja, Milord. Gut, das wird also ein bisschen schwieriger. Bei uns zurückzunehmen ist das Erste, was wir erforschen wollen. Damit wir die Veredler bauen können. Da wir nämlich momentan keinen Zugang auf Minen haben. Sofort. Wie ihr wollt. Zahltag. Sofort. So soll es sein. Ja. Sofort. Sofort. Jawohl, Herr. Ja, natürlich. Jawohl. Ja, Milord. Ah, sie haben Leonardo hier. Wie seid Eric? Nehme ich an. Sie hat das falsche Schreien. Da muss ein D statt ein T sein. Erster Eindruck gesammelt. Äh, erster Eindruck gesammelt. Ja, es war wild. Wir letzten Tage. Überfälle auf die Verranken. Und das ist ein netter Harmen. Blutig ging es hier aus. Antje. Schrecklich. Aber woher kennt ihr meinen Namen? Und was ist das für ein Satzbau? Bist du wirklich die Person, das kritisieren soll? Okay, ich zügele meinen Grammatik-Nazio ein bisschen. Dein Bruder legt ein Haar fest. Dein Eilbrief. Könnte ich dir einen Fällen an. Eric, kannst du so sein? Sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Einem Rechnung zu finden. Doch ich kann helfen. Sehr wichtig. Dein Bruder. Ach ja, er hat mir mit einem Schmerzmittel gemixt. Gewisse Ähnlichkeiten sehe ich jetzt. Aber wie zum Henker kannst du mir helfen. Ich brauche gerade keine Wundermittelchen. Man kann nie genug Schmerzmittel haben. Nein, Dummkopf. Nicht mein Bruder. Sondern Tüftel. Bastler. Affiner, wie auch immer. Die Minenschächte haben sie alle unzugängig gemacht. Mit Sprengungen. Einen Sprengstoff. Wovon bieten wir nie Rohstoffe? Sehr klug. Nur mit meinem Sprengstoff kannst du ihn da freilegen. Können sie mir geben. Günstig. Die Preise insgesamt. Auch von Fratala. Reich für zwei Schächte. Erstmal. Das Dummkopf hat mich mal überhört. Aber das mit den Minen war echt schlau. Obwohl ich mich jetzt damit rumärgern darf. Ansonsten hätten die Banditen aber ungestört Rohstoffe abbauen können. Respekt. Nein, wirklich nicht. Dann möchte ich mal schauen, was ich an Bares bei mir habe. Wir haben gesehen, hier ist ein Fels. Jetzt schämt uns das Spiel dafür, dass wir zu pleite sind. Was ich finde, darf ich behalten. Anscheinend haben frühere Bewohner dieser Umgebung hier einen kleinen Schatz versteckt. Verwurzelt. Irgendwo. Wenn du dir also die Hände schmutzig machen möchtest, finde den Schatz. Erweck, wie den Ausbau und wenn er an der Stelle steht. Welche Erde vielleicht dort suchen, wo früher mal was eingepflanzt wurde. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Vergiss euch nicht, Erik zu Brücke verrichtet die Blindenhunde. Hallo Gruppe 9. Gibt ihm ja unten Lehmprügeln. Okay, wir probieren es jetzt mal ganz kurz. Quick Save. Gehen wir mal den Blindenhunden in den Kragen. Die ja irgendwo bei der Brücke am Rumpöbeln sein wollen. Ja, das ist die einzige, die wir gerade auf... Ach, wir können immer nur eine auf einmal machen. Verstehe. Natürlich. Natürlich. Eine eurer Hilden wird angegriffen. Streitet furchtlos. Okay. Jawohl. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, Milo. Natürlich. Wie ihr wollt. Komm mir aus. Okay, das erfüllt. Wasser baut das, liebe Vieh. Nicht jeder deiner Firmen besitzt einen eigenen Brunnen, bei dem sie Wasser holen können. Sei so groß wie ich und baue drei Brunnen, in denen sich alle bedienen können. Finde die Orte, bei denen du bei der Brunnen keine Zugbrunnen bauen kannst. Richtig, Mission lässt sich nicht abbrechen. Sicher ist die Technologie für Brunnenbau besitzt. Das kann also warten. Fackel aber nicht den ganzen Wald ab. Der Waldarbeiter möchte das ganze Laub loswerden. Dabei kommt er aber auf die Schnapsidee, mitten in einem Waldstück das ganze Laub abzufackeln. Was? Helf ihm trotzdem dabei, ein neues Feuer anzuzünden. Es gibt ja schließlich auch Belohnungen. Finde die gleiche Stelle für das gescheipeltes Holz, um das Feuer anzuzünden. Drücke Leertaste, wenn du den Ort erreicht hast. Drücke anschließend mehrmals in gleichmäßigen Abschulden Leertaste. Achte aber auf das Timing. Zeit, unsere Pyramania ein bisschen auszuleben. Er wird also hier fackeln. Dann ist das wahrscheinlich die Stelle, wo der Schatzvergraben liegt. Wohnhäuser und Bauernöfe deponieren wir später. Ja, ich war gestern nämlich bei dieser netten, ähm, äh, Lichtung. Ich habe Holz gefällt. Das sind meiner Meinung nach die Veredelungsgebäude ein bisschen relevanter. Ja! Nichts lieber als das. Ja, für das Geld nämlich. Gruppe 8. Kommt hier runter zum Leben. Kann ich jetzt Feierabend machen? Do it. Ja, beginnt mit der Arbeit. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Damit müssen die Leute gerade erstmal eine Weile leben. Ja. Wir brauchen gerade nämlich eher die Ressourcen, um in der Lage zu sein, unsere Werten... Minen aufzustellen. Ja, wir tun. Oder die Werten Wohnhäuser überhaupt aufzubauen. Ich bin fertig hier. Gar nicht mal so übel. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. Okay, wir müssen dann hier Leertaste drücken. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Oder müssen wir das Timing richtig machen? Um all eure Siedler versorgen zu können. Wie teilen wir das überhaupt? Das Feuer wird angezündet. Prächtig. Prächtig. Falsch. Hä? Hä? Woran will ich das Timing-Erkennenspiel? Hoffe mich zu verarschen. Prächtig. 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 Woran um Himmels Willen will man das festmachen? Falsch. Richtig. Falsch. Richtig. Keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Natürlich. Falsch. Richtig. 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 Falsch. Warum? Falsch. Richtig. In welchen Abständen muss man das drücken? Das ist nicht in einem Sekunde Abstand. Richtig. Richtig. Falsch. Keine Ahnung. Das ist die ultimative Krebs-Quest. In gleichmäßigen Abständen. Was? Warum ist das... Warum? Warum? Woran macht man das fest? Vor allem, dass Taibu das jetzt erst mal richtig gewesen ist, kann man im zweiten Mal plötzlich falsch sein. Richtig. Richtig. Falsch. Richtig. Falsch. Richtig. Richtig. Falsch. Keine Funktion. Was? Was ist denn keine Funktion? Wir müssen Eric ausgewählt haben, und es funktioniert. Woran macht man das fest? Und wie oft müssen wir es bitte drücken, damit es funktioniert? Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstirbt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Ich habe Holz gefällt. Ich packt mehr davon. Gruppe 0. Einer nach da hin. Gruppe 9. Einer nach hier hin. Ich habe mir die Schuhe über das Ohr gehauen. Und der? Probieren wir es nochmal. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ich schau gerade, dass ich irgendwer in Sekunden hier abmachen kann. 80 ist falsch. Das ist richtig. Das ist falsch. Fertig, Meister. Das triggert mich wieder. Keinen Platz zum Nächtigen.